Wir erschaffen neue Antworten auf ein Grundbedürfnis der Menschheit, Mobilität. Ein bedeutender Wirtschaftszweig ist in Bewegung. Tiefgreifende Veränderungen lassen, neben der marktführenden Automobilität, völlig neue Formen der Fortbewegung entstehen. Digitale Hilfsmittel ermöglichen es, die reale Welt neu zu gestalten. Im Fokus des Bachelorstudiengangs Design und Mobilität der Hochschule Hof steht die funktionale und konstruktive Gestaltung aller Verkehrsmittel und deren Verknüpfung. Effiziente Bewegung wird zum Vergnügen. Zukunftsfähige Konzeption, ansprechende Formgebung, gute Bedienbarkeit, maßgeschneiderte Werkstoffe und physikalische Berechnungen spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Mobility Design erfordert umfangreiches Wissen und Können sowie ein hohes Maß an Kreativität. Die Inhalte des Bachelorstudiums sind interdisziplinär und extrem abwechslungsreich. Von der Konzeption auf Papier über die Realisierung durch handwerkliche Arbeit bis hin zur technischen Integration in die digitale Welt. Was du dazu brauchst? Offenheit, Weitblick und Affinität zur Technik. Im Studium lernst du zum Beispiel den Umgang mit High-End-Gestaltungsprogrammen, Virtual Reality und 3D-Modellen. Du bist ein Teamplayer? Perfekt! Gemeinsam mit anderen Disziplinen erarbeitest du die beste Lösung für das Produkt. Hohe gestalterische Qualität ist eine Voraussetzung für den Erfolg. Der Studiengang Design und Mobilität der Hochschule Hof steht im intensiven Austausch mit relevanten Partnern aus der Mobilitätsindustrie. Eine präzise ausgerichtete Positionierung des Studiengangs ermöglicht beste Berufschancen. Unseren Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich herausragende Möglichkeiten. Ist es dein Traum, dass sich die Welt der Zukunft mit Mitteln, die du erschaffen hast, bewegt? Dann bewirb dich für das Bachelorstudium Design und Mobilität an der Hochschule Hof.